Hallo! Wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft. Es wäre schön, wenn unsere Gesellschaft so wäre wie dieser Apfel. Mit einem möglichst großen roten Anteil, das bisschen grün, können wir auch noch akzeptieren. Aber wenn so ein Apfel lange liegen bleibt, dann wird er faul. In unserer Gesellschaft bleiben viel zu viele faul liegen. Wir haben braune, faule Äpfel liegen. Und dagegen müssen wir aufstehen. Wir müssen unsere Stimme für die Vernunft erheben und gegen den rechten Terror ankämpfen. Wir müssen gegen Menschen ankämpfen, die andere Menschen diffamieren und beleidigen, die sich gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft richten. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, dass die Äpfel nicht braun werden, damit wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.